Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Joana, falls ihr mich neu abonniert habt und schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, wenn euch dieses Video hier gefällt. Und ja, heute soll es mal wieder um meinen Umzug gehen, beziehungsweise meine neue Wohnung, denn es wurde sich ja gewünscht, dass ich mal so zeige, was ich denn jetzt so gemacht habe, wie ich jetzt umgezogen bin. Da ich aber leider keinen direkten Vlog gemacht habe, keine direkten Videos, wie wir hier Kisten reingeschleppt haben, wie wir hier, keine Ahnung was, geschwitzt haben und was weiß ich, dachte ich mir, ich mache nochmal so ein Update-Video einfach dazu. Das haben sich ja einige gewünscht und ihr wollt jetzt auch sehen, wie sich hier einiges entwickelt. Ich werde euch jetzt noch keine Roomtour direkt geben, es wird wahrscheinlich dann einfach mal später kommen. Aber es wird jetzt im Laufe der Zeit einfach nochmal andere Videos dazu geben, zu meiner Wohnung, zu meiner Raumgestaltung. Und ja, ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß jetzt bei diesem Video. Ja, ich habe mir gedacht, ich gestalte dieses Video einfach mit Einblendungen, also dass ich euch einfach kurz was erzähle und immer einblende. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, ich bin vor so knapp einem Monat richtig umgezogen, also dann richtig reingezogen mit Schlafen und so. Und ja, vor zwei Monaten hatte ich dann aber die Wohnung eigentlich schon. Also ich habe wirklich für zwei Wohnungen eigentlich Miete gezahlt, einen Monat lang. Aber das Gute war, ich hatte einen Kumpel und der wollte meine alte Wohnung ziehen und dann konnten wir das nochmal halbieren, wenn dann halt die Wohnung fertig war, sodass er reinziehen kann. Und das war sie und deswegen ging das ganz gut und ich habe auf jeden Fall nochmal einen Teil der Miete zurückbekommen. Und ja, insgesamt bin ich mit 20 Kisten umgezogen. Also ich dachte, eigentlich es wären mehr, aber es waren wirklich nur 20 Kisten. Und dann halt noch so Reisetasche voll und was weiß ich, so Tüten, diese Plastiktüten, diese dicken. Und ich habe halt, wie gesagt, auch nicht alle Möbel mitgenommen. Ich habe auch ganz viel dann jetzt versucht, neu zu kaufen. Ich habe auch vieles da gelassen, ganz viel verschenkt, wie ich das in einem anderen Video schon erwähnt habe. Da könnt ihr gerne hier oben mal vorbeigucken, da verlinke ich euch das. Und ja, wir haben natürlich auch mega, mega viel Krach gemacht, habe ich das Gefühl. Also ja, ich habe irgendwie so gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt mal keiner hier irgendwie vorbei. Aber ich dachte mir, das ist ja eigentlich jetzt noch eine ganz kurze Zeit, dann bin ich ja eigentlich so gut wie drinnen. Und wir haben auch manchmal gemerkt, dass wir das falsche Werkzeug hatten, also dass wir nicht immer so das Perfekte da hatten. Oder ich, also ich sowieso nicht. Ich habe sowieso nicht so viel Werkzeug, aber dann mein Freund. Und ja, genau. Also es war ein bisschen kompliziert manchmal. Ja, dann hat es sehr, sehr lange gedauert, zum Beispiel, bis meine Küche endlich fertig war. Also die ist immer noch nicht komplett fertig, es fehlt immer noch was, also ein paar Regale oben. Aber wir haben jetzt oben schon zwei, ich rede immer von wir, also eigentlich ich. Ich habe zwei Regale, also diese normalen Regale, Küchenschränke, die hängen in der Küche jetzt einfach hängen. Das war ein so komischer Satz. Auf jeden Fall habe ich zwei Küchenschränke in der Küche jetzt an der Wand hängen. Und ja, da musste halt mein Stiefvater vorbeikommen, da musste es halt irgendwie noch dran machen, weil dafür hatten wir halt, wie gesagt, das Werkzeug nicht, weil das hier sind alles komplett Betonwände. Und da geht der Bohrer von meinem Freund einfach nicht, der ist da einfach nicht gut genug dafür. Ich habe dann in meiner Küche jetzt auch eine Waschmaschine stehen, also meine alte Waschmaschine, die ich mitgenommen habe. Denn im Bad ist es einfach viel zu wenig Platz, also das passt einfach nicht und in der Küche gibt es auch einen Anschluss. Und ja, deswegen musste ich da ganz schön gucken, wie ich irgendwie alles da reinstelle, wie ich alles unterbekomme, weil meine alte Küche ja sehr, sehr viel größer war, also sehr, sehr viel größer. Und ja, dann hatte ich natürlich auch meinen ersten Waschgang dann endlich, weil sie dann endlich angeschlossen wurde. Ja, also ihr merkt, wir sind beim Aufbauen der Möbel sehr oft verzweifelt. Wir sind auch an meinem Kleiderschrank verzweifelt. Nicht, dass der jetzt mega kompliziert aufzubauen war. Es ist eigentlich alles Ikea, außer jetzt irgendwas in der Küche, das ist Roller. Aber das Dumme war, wir haben diesen Kleiderschrank einfach nicht wegbekommen. Wir haben den halt in meinem Wohnzimmer aufgebaut, weil da der meiste Platz natürlich war. Aber er haben nicht mal durch die Tür bekommen. Er ist einfach viel zu groß gewesen. Und er ist halt auch monströs, er ist dick. Ich durfte zu der Zeit nicht groß heben. Und das war alles so kompliziert. Und wir haben das dann irgendwie geschafft. Wir haben den dann einfach hingelegt, versucht aber leicht anzuheben, dass der halt nicht mehr auf dem Boden rumkratzt. Wir haben den komplett auf den Hausflur dann rausgeschoben, in meinen kleinen Flur wieder rein, immer wieder ein bisschen aufgestellt, bis er irgendwann drin stand und dann an die Wand gestellt. Also der Kleiderschrank wird beim nächsten Umzug definitiv nicht mitkommen. Ja, dann waren wir gefühlt zwei bis drei Mal manchmal in der Woche beim Ikea. Wir waren sehr, sehr viel im Ikea. Also ich habe dauernd irgendwelches Kleineszeug geholt. Dann habe ich irgendwie wieder was im Internet gesehen, wo ich mir dachte, ach, das ist auch ganz toll. Und ich habe ja immer nebenbei immer noch verglichen mit so anderen Einrichtungs-Möbelhäusern. Und ja, habe dann im Internet auch noch was bestellt gehabt. Also wir hätten eigentlich auch bei Ikea schlafen können, weiter einkaufen können. Wir hätten einziehen können. Ein, was Tolles war, aber ich habe meinen ersten Akkuschrauber gekauft. Yay! Nee, ich habe damals immer schon so gedacht, ein Akkuschrauber wäre eigentlich ganz praktisch einfach so ein kleines Ding für die Frau. Und ich habe ja damals immer schon sehr viele Schränke irgendwie gekauft. Und ja, aber ich habe ja immer einen Schrank pro, keine Ahnung, was wie viele Monate gekauft und dann aufgebaut. Da war es ja nicht so schwer. Aber wenn man dann so eine ganze Wohnung oder so ganz viele Schränke auf einmal irgendwie zusammenbaut, irgendwann tut einem schon die Hand weh. Und ja, dann habe ich mir fast am Ende einen Akkuschrauber geholt. Den gab es da beim Netto im Angebot irgendwie. Und da habe ich mir den gekauft und da hatten wir, glaube ich, auch nur noch die Küchenschränke aufzubauen. Also der Großteil hier war schon aufgebaut. Aber ich bin glücklich, ich habe jetzt einen. Ja, im Großen und Ganzen, es sind schon noch einige Teile, die angebracht werden müssen in meiner Wohnung. Aber das muss alles von meinem Stiefvater gemacht werden, weil er, wie gesagt, diese gute Bohrmaschine hat. Und ich sammle extra alles so, dass er nur noch ein bis zwei Mal herkommen muss oder braucht, um dann alles mit einmal dann machen zu können. Und wir haben Unmengen an Radler getrunken, muss ich gerade mal so sagen. Also ich hatte immer Radler im Haus. Ich habe auch jetzt immer Radler im Haus. Erstens, weil die Temperaturen es wieder zulassen. Ich finde, Radler ist so ein Getränk, das trinkt man irgendwie, wenn es warm ist. Und ja, ich glaube, so viel Radler habe ich schon lange nicht mehr getrunken, wie jetzt in meiner Umzugszeit. Und was ich auch noch sagen muss, worauf sich dann einige freuen können. Denn ich weiß, es gibt viele auf meinem Kanal, die mögen meine Do-It-Yourself so und warten eigentlich immer darauf, dass ich mal wieder ein Do-It-Yourself drehe. Ich habe sehr viele Ideen in der Wohnung. Ich habe nämlich, das seht ihr jetzt gerade nicht so im Hintergrund, aber hier komplett das Zimmer, hat nichts an der Wand eigentlich. Also es ist eigentlich wirklich weiß. Und da habe ich einige Ideen gesammelt, die ich machen möchte. Und ich habe einige Ideen mit ein paar Möbeln und Kartons und ja. Also ihr könnt gespannt sein im Laufe der Zeit, werden Do-It-Yourselfs kommen. Eins ist auch schon wirklich in Planung und wird irgendwann dann online kommen. Ja, so im Großen und Ganzen war es das mit dem Video. Also ich kann euch sagen, ein Umzug ist ganz schön kostspielig. Ich habe ja gedacht, dass ich eigentlich schon den Großteil hier habe. Und ich hatte ja mein Bett, ich hatte meinen Schreibtisch, Computer, ich hatte Schränke, Regale. Ich wusste, ich musste nur eine Küche kaufen irgendwie und das wollte ich aber so günstig wie möglich halten, weil ich hier nicht ewig bleiben werde. Und dass ich eine Couch kaufen möchte und so. Aber es ist doch ganz schön was dazu gekommen noch. Also Dinge, die einfach teuer waren. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt oder noch irgendetwas direkt nochmal sehen wollt, wissen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich versuchen, das einfach zu beantworten, in einem Video zu verpacken oder so. Denn ich gehe gerade wirklich auf Video-Wünsche ein. Also ich gehe gerade meine Videos durch mit den Kommentaren und gucke, was sich dann gewünscht worden ist. Und versuche das gerade alles so ein bisschen abzudrehen. Also einige können da echt gespannt sein, weil wenn ihr euch das so halt gewünscht habt. Und ja, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann könnt ihr hier einfach einmal ein Video vorbeischauen von mir. Und hier unten könnt ihr mich schon immer abonnieren. Hier könnt ihr natürlich wie immer meine Social Media Kanäle stalken. Und ja, dann noch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!